Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir, ja, mich um eine neue Beauty-Brand auf dem Beauty-Universumsmarkt kümmern. Und zwar ist es die Marke Uncorrupted Beauty. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich versuche mein Video auch so ein bisschen zu kategorisieren, damit ich euch zum einen was zu der Marke erzähle, weil die sind noch nicht ganz so bekannt hier in Deutschland und da möchte ich einfach ein bisschen euch Infos teilen, weil ich jetzt auch eine Kooperation mit der Firma habe und dort einfach ein paar Einblicke bekommen durfte und Informationen auch erhalten haben. Ich habe Haarpflegeprodukte von denen ausprobieren dürfen und kann euch da natürlich auch so ein bisschen mitnehmen. Was ist das? Was steckt dahinter? Was ist da drin? Was ist nicht da drin? Und ich habe auch einen Code für euch, Claudi5. Und da kannst du dann 5% bei der Firma, nein, auf der Homepage sparen. Und es ist eine Marke, die Luxuskosmetik zu bezahlbaren, fairen Preisen auf den Markt bringen wollte. Und ja, ich würde sagen, da fange ich doch mal ganz vorne an. Wir haben dort drei Gründer. Das glorreiche Gründertriem oder das glorreiche Trio, das Triem vor allem, genau, besteht aus Charles, aus Michael und aus Marilu. Charles ist der Gründer von Glossybox, Michael ist der ehemalige Barbour-CEO und Marilu ist eine Produktexpertin. Und zusammen bringen die drei auch über 30 Jahre Berufserfahrung mit, haben auch super viele Beziehungen auf dem Markt, sodass man da halt auch die Lieferketten sehr gut kennt. Und das zeichnet sich halt wirklich dann auch in der Firma selber aus. Sie bringen diese Erfahrung mit und haben dann sich an die Hersteller gewendet, an die Labore gewendet und haben dann zusammen mit den Lohnherstellern und mit den Laboren in Deutschland, also die Hersteller sitzen in Deutschland, der Schweiz und in Italien und die Labore in Deutschland, haben sich mit denen zusammengesetzt und darauf geachtet, dass man wirklich Luxuskosmetik herstellt, aber zu fairen bezahlbaren Preisen mit echt guten Inhaltsstoffen, aber nichts drin, was nicht reingehört. Und was halt auch noch deutlich reduziert worden ist, sind die ganzen Handelsaufschläge, die mit drauf kommen, wenn das Produkt jetzt so im Laden stehen würde und 100 Euro kosten würde, hast du ein Luxusprodukt, was auch eine Luxuswirkung hat, aber naja, wenn du es halt in der Herstellung hast und das nur 8 Euro kostet und du einfach siehst, dass du dazwischen richtig viel sparen kannst und das so halt auch an den Endkonsumenten weitergegeben werden kann, ist es ganz nett, wenn man das auch macht. Uncorrupted Beauty hatte Bock drauf und hat sich dann dementsprechend jetzt auch so positioniert. Und ja, daraus resultierten dann drei verschiedene Linien, beziehungsweise drei verschiedene Sparten, die wir dann auch wirklich auf der Homepage finden können. Das ist einmal Haircare, was ich auch ausprobiert habe, dann haben wir Skincare mit super vielen unterschiedlichen Produkten und wir haben auch sehr bald dann auch Make-Up-Door zu finden und ja, vielleicht kann ich dann demnächst auch nochmal Make-Up-Door ausprobieren, da wäre ich auch sehr gespannt drauf. Einsatz aus dem Briefing fand ich super interessant und prägnant, den möchte ich euch gerne vorlesen, weil mit den ganzen Informationen, die ich euch jetzt schon gegeben habe und die gleich auch noch kommen, ergibt das Ganze echt krass Sinn, ne? Gemeinsam mit den besten Laboren und Produzenten entwickeln und stellen wir hochwertige, innovative Kosmetik aller Kategorien zu extrem fairen Preisen her. Und was ich auch ziemlich cool an der ganzen Geschichte finde, ist, dass die halt auch mit einem recht großen Sortiment auch direkt starten. Das heißt, wenn du dort Mitglied wirst, hast du die Möglichkeit, dich auch an einer großen Bandbreite an Produkten auszutoben. Ich habe mich jetzt auf die Volumen-Hair-Care-Reihe konzentriert, weil ich einfach ein Problem hatte und Uncorrupted Beauty hat mir die Lösung geboten. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, das ergibt Sinn, ne? Als Jasmin mich angeschrieben hat und dann fragte, Mensch, hast du nicht Bock, mit uns zusammenzuarbeiten? Bin ich natürlich auf die Homepage, habe gesehen, alles klar, wir haben dort verschiedene Pflegelinien, wir haben dort Haarpflege. Wie gesagt, ich hatte ein Bedürfnis und Uncorrupted Beauty hatte die Lösung. Denn, ja, sie haben halt Produkte angeboten, wo Jasmin mir sagte, die können gerade für dein Bedürfnis auch sehr gut funktionieren. Da habe ich einmal Shampoo und Spülung aus der Volumen-Reihe mir ausgesucht. Und ich habe ja normalerweise auch relativ, ja, glatte Haare. Das ist halt so meine Haarstruktur, ne? Und meine Haare waren auch ziemlich beansprucht und strohig fast schon. Also mochte ich gar nicht leiden. Und das habe ich ihr auch gesagt, weil sie sagte, Mensch, wir haben hier halt keine Inhaltsstoffe drin, die nicht reingehören. Also keine Silikone, Parabene, PEGs und so. Ich sage, Moment, keine Silikone, meine Haare lieben aber Silikone. Nee, nee, sagte sie, deine Haare brauchen keine Silikone. Probier das mal, denn hier sind super schöne, pflegende Inhaltsstoffe drin, die deine Haare brauchen. Und sie hatte recht, denn ich meine, ihr seht das Resultat, ne? Ich habe auch einen Vlog gedreht, da habe ich euch quasi auch in der Woche mitgenommen, wo ich die Produkte intensiv verwendet habe. Es ist echt krass, wie die Haare sich verändert haben. Naja, und wie gesagt, hier habe ich Shampoo und Spülung. Und ich zahle im Prinzip für das Dreier-Set Shampoo, Spülung und Haarmaske zusammen als Member so viel, wie ich normalerweise für ein Produkt davon, ich sag mal für ein Shampoo, im Friseurbedarf bezahlen würde. Denn ich habe für die, fürs Shampoo habe ich 10 Euro, für den Conditioner habe ich 11 Euro und für die Haarmaske habe ich 13 Euro dort zu bezahlen als Member. Wie gesagt, wir haben keine umstrittenen Inhaltsstoffe in den ganzen drei Produkten drin, also keine Silikone, Sulfate, PEGs, Parabene und auch kein Mikroplastik. Und die Produkte sind vegan und tierversuchsfrei. Diese Haarpflegeprodukte sind auch made in Germany. Für die Aktivierung der Haarwurzeln haben wir bei dem Shampoo und dem Conditioner Biotin und Koffein und Ginseng-Extrakt drin enthalten. Und ich hätte fast den Grüntee vergessen, der ist auch noch mit dabei. Und für das Volumen und die Kennbarkeit der Haare sorgen in Shampoo und Spülung 1,97% Erbsenprotein. Cool finde ich übrigens auch, dass wir hier jeweils 300ml drin haben. Das ist ganz praktisch, weil ich brauche halt von beiden immer gleich viel, weil ich habe ja echt lange Haare. Man soll ja Shampoo bis zu den Ohrläppchen aufgeben und Conditioner dann ab Ohrläppchen. Und mein Ab Ohrläppchen ist halt schon ziemlich genauso lang wie das oben. Also da brauche ich dann auch genau das Gleiche als Inhalt. Und deswegen freue ich mich darüber. Wir haben hier Pumper mit dabei. Ich finde auch die Farbe recht hübsch. Also es sieht sehr schlicht und schick unter der Dusche aus, wo ich es stehen habe. Ich persönlich muss sagen, dass der Pumper mir ein bisschen zu sehr unter Druck steht. Ich schraube das dann immer ganz leicht ein bisschen auf, sodass da auch Luft reingezogen werden kann und dann besser gepumpt werden kann. Und pro Haarwäsche verwende ich jeweils drei bis vier Pumper. Dann kommen wir zu dieser wunderschönen Haarmaske. Da haben wir drin dieses Red Algal Shield Active. Das ist regenerierend. Dann haben wir Panthenol, das ist feuchtigkeitsspeichernd und Phytosqualan. Das sorgt dafür, dass man keinen Frizz in den Haaren hat, was jetzt gerade zu trockenen Jahreszeiten ganz gut ist. Wenn die Heizungsluft halt da ist, dann hast du eine recht trockene Luft und dann hast du diesen Frizz-Effekt. Und für Elastizität und Glanz sorgen Adernöl, Avocadoöl und Bio-Babassuöl. Ich liebe dieses Wort. Das lässt du auch nur fünf bis zehn Minuten drin. Kannst du theoretisch bei jeder... Ups, habe Schatten wenden. Ja, ich mache das aber nur zweimal die Woche. Und ich mache das dann auch immer in der Reihenfolge Shampoo, Haarmaske, Conditioner. Wie sind diese günstigen Preise möglich? Naja, da geht es einfach um die Macht des Kollektivs, um das mal so zu nennen. Und zwar gibt es die Mitgliedschaften. Du zahlst entweder zehn Euro pro Monat oder 49 Euro im Jahr, was vier Euro pro Monat wären, um eben Zugriff auf diese günstigen Preise zu haben und um davon zu profitieren, dass eben Uncorrupted Beauty hingegangen ist und diese ganzen Lieferketten halt einfach durchgeschnitten hat. Und die Möglichkeit gibt einfach diese Luxus-Beauty zu den nicht ganz so Luxus-Preisen, nämlich zu fast schon Drogerie-Preisen zu bekommen. Als Mitglied hat man dann direkt von Anfang an auch die Möglichkeit, auf das komplette Sortiment zuzugreifen. Gut finde ich halt auch, dass du die Möglichkeit hast, so eine große Wandbreite dir vorzunehmen, um dich da einfach durchzuprobieren und die Produkte auszutesten. Die Möglichkeit zu haben, auf Luxus-Beauty zuzugreifen zu einem, ja, bezahlbaren Preis. Und dementsprechend finde ich das wirklich interessant und wollte euch das deswegen auch einfach mal vorstellen. Ich kann euch nur empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen. Falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne meinen Code Claudie5 verwenden. Und ja, dann wäre es das hier auch schon gewesen. Ich bedanke mich von Herzen bei Uncorrupted Beauty für die sehr interessante Einführung in die Marke und auch für die Produkte, die sind großartig, Leute, echt. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, nehmen wir mal die Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!